meine güte ist er langsam Achtung war die Idealideal lang? Nein, aber man kann da lang fahren das straßenschild hat mir auf dem Leben genommen perfekt Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Sag mir, wenn du Zweiter bist Wir sind hier gerade noch nicht einig Soll ich ein bisschen intervenieren? Nein, nein, alles gut Diesmal hab ich auf straßenschild gedodged Ach so, was ist denn denn Okay, der Zieh hat sich gedacht Ich mach mal kurz einen kompletten Turboden und beide vorbeigefahren Ich weiß nicht, wo dieser Speed jetzt gerade hergekommen ist, krank Was ist hier passiert? Irgendwas wurde hier resettet Du scheinbar auf Ne, du nicht, aber Ich hab den, ich hab den Das hat fast geklappt Ich hat geklappt, okay? Jawoll, nice, alter nice Ach du Scheiße, war das knapp Mir wurde noch Dritter angezeigt im Hardaway Ich weiß gar nicht, wie ich Zweiter sein kann Wir sind alle komplett am Ziel vorbeigeschlittert und ich hab den eigentlich zuerst durchgedrückt Ich hab keine Ahnung warum was hier eigentlich passiert ist Krank Ja, einer Ja, was heißt einer? Ist doch gut Wir sind im Boden Ah ne Die Strecke Okay Das ist also so einer Was habt ihr getan? Ich glaub ich krieg den Sack nicht mehr, alter Ah, oder doch Tja, tja Hat er reingeschissen? Ah, ich bin ausgerastet Guck mal wie ich noch an mich reingekommen bin, alter Aber weil nochmal zu Ja, das denk ich mir Das lieb ich jetzt auch Jetzt hab ich zum Beispiel kein Turbo einfach Oh man, Alter Ich auch nicht, und ich hab's sogar am Start angehalten Ich hatte einfach Leerlauf dran Aus irgendeinem Grund hat er nicht geschaltet Sehr gut Boah, danke, dass du hier weggeräumt hast Problem Ich hatte schon Angst Bin Steu Der Eis Der 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Boah, Junge, ich hab den fast noch gekriegt, ja Auch so eine Sache, wo ich sage, okay, 5, krank Ja, wer weiß, was für eine Beschränkung das gerade ist, keine Ahnung, man Eigentlich ist es völlig useless Aber der Typ mit seinem Seerweg ist auf jeden Fall gestört Oh no, das war's Boah, ist der langsam, was geht bei dem? Was ist denn mit dem K-Bahn los, Alter, was hat der denn für einen Jumpstart? Ach, das ist der 400 PS Mann, kann das sein? Kann sein, ja Das ist der 400 PS Mann, ja Das war's für mich Für mich auch, für drei, also für uns drei hier tatsächlich Ist das Kacke gewesen, Alter Der geht gut rein Junge, der schiebt mich einfach immer komplett mit Das ist ein Sinn nicht Oh mein Gott Ach komm, jetzt bin ich so getieber und Alter, Mann Oh mein Gott, was ist hier passiert? Ich bin wieder der Leidtragende. Nee, ich war der Leidtragende. Ja, und jetzt hab ich natürlich wieder komplett Kurs verloren. Was tust du hier? Mich ärgern über diese useless Karten. Ja, das gehört halt dazu. Ja, das ist genau das Geräusch. Kein Bock hab, würde Drachmonizar. Ah, nein, danke. Jetzt hab ich ihn da wieder gestört. Na, der hat aber eben nicht gewonnen, das ist nicht der mit dem Civic. Ach so. Okay, das ist gewinnbar. Ja. 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 Boah, ich kenn die Strecke nicht, Alter. Ich hab Angst. Irgendwie viele Felden wollen hier liegen. Oh, da geht los. Shit. Ich hab was. Okay, alles klar. Das war wild. Das wird ihn sehr traurig machen. Oh mein Gott. Sorry. Alles klar. Natürlich ist der Typ bei mir wieder langsam. Junge. Oh nein. Was ist das für eine kranke Strecke, Alter? Sepentin des Todes oder was? Okay, ciao. Ähm. Du hast einfach Checkpoints geskippt. Sein Auto kann alles außer drüben. Ja, und so wird kalt. Ach, die Ruhe. Ach ja, genau. Die Strecke wieder mit den Felsen. Ich lieb's. Hast du jetzt mal die Linie angemacht? Ach so. Ne, ne. Äh. Wieso stammt da einer auf der Straße? Alter, wie schnell ist dieser Typ? Nein, ich hab jetzt einen weggehauen. Ach du Scheiße. Ich hab den LTN komplett weggehauen. Ja, das ist schade. Das geht so. Für mich ist das gut, weil ich kann jetzt erster werden. Der Typ ist komplett ausgerastet mit seinem Top Speed. Junge, Junge, war das ein Krampf. Junge, Junge, war das ein Krampf. Oh no. Okay, was war das für ein Hardcore-Neck? Nein, auch. Ich hab auch immer das Glück ohne Witz. Oh no. Genau. Jetzt bist du hier zu gefährlich geworden. Ich werde weggerammt. Weck. Weg. Weck. Krass, jetzt hat der ja jemand davon. Ach, jetzt schon wieder. Och Mann. Soll ich ja schon wieder geradeaus in diese Scheiß-Gängerei. Nein. Aber diesmal hab ich es schneller gemerkt. Ah, daher zu langsam. Bin dann schon angekommen. Oh, da hab ich zu viel mehr zu gehen. Ja, nice. Da ist es ja jetzt endlich soweit. Ja. Zum Vorsagen können wir den Reifen. Richtig dumm bist du, Alter. Juck, da genau... Ja. Ja. Juck, da weiß ich den Reifen noch nicht mehr Love Opa-Tlen Music, aber alles ist eine Maschina. Das fühle ich zusammen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018